Ich habe jetzt übrigens endlich einen Medizinstudienplatz bekommen. Echt? Herzlichen Glückwunsch. Wie hat denn das jetzt geklappt? Ich dachte, dafür braucht man einen Einzelabend. Ja, eigentlich schon, aber ich bin über das Losverfahren reingekommen. Ah ja, davon habe ich schon mal gehört, aber es ist nicht total viel Arbeit, sich dafür anzumelden? Ja, total, weil man sich ja an jeder Uni einzeln bewerben muss. Aber ich habe zum Glück eine super Seite gefunden, medizin-losverfahren.de. Die haben das alles für mich übernommen. Okay, das klingt cool. Das muss ich mir unbedingt auch mal anschauen. Genau, und mit dem Code in unserer Beschreibung bekommst du auch noch 10% auf deine gesamte Bestellung.